Ein Tischtennisball kann im Luftstrom eines Föhns schweben. Selbst wenn man den Föhn zur Seite neigt, bleibt der Ball im Luftstrom gefangen. Der Grund für das Schweben des Tischtennisballs im Luftstrom ist der Bernoulli-Effekt. Der Föhn versetzt die Luft in Bewegung. Bewegt sich der Ball ein wenig zur Seite, so kann die Luft auf der gegenüberliegenden Seite schneller vorbeiströmen. Dadurch steigt der dynamische Druck auf dieser Seite, während im Gegenzug der statische Druck sinkt. Auf der anderen Seite ist die Luftgeschwindigkeit kleiner und damit der statische Druck höher. Durch diesen statischen Druckunterschied wird der Ball immer wieder in die Mitte des Luftstroms getrieben. Dieser Effekt führt auch dazu, dass wenn Wind mit hoher Geschwindigkeit über ein Hausdach fegt, das Dach durch den Unterdruck abgedeckt werden kann. Warum der Ball auch beim Neigen des Föhns nicht hinunterfällt, hat sowohl mit dem Bernoulli-Effekt zu tun, als auch mit einem weiteren Phänomen, dem Coanda-Effekt. Laut dem Coanda-Effekt folgen strömende Gase gekrümmten Oberflächen, solange ihre Krümmung nicht zu stark ist. Deswegen ist es auch möglich, eine Kerze hinter einer Flasche auszublasen, wenn man auf die Flasche bläst. Das ist auch möglich, wenn man auf die Flasche bläst ist.